Hey Leute und Willkommen zu einem wirklich klitzekleinen Infovideo. Es soll eigentlich nur dazu dienen, wie ihr selbst seht, dass mein Internet zurzeit jetzt richtig abgekackt ist. Ich kann wirklich nichts mehr öffnen und muss dadurch eine kleine Zwangs-Upload-Pause einlegen. Die Parts werde ich trotzdem weiter aufnehmen. Hat den Vorteil, dass ich jetzt wirklich einiges auf Vorrat aufnehmen kann. Ich werde mich natürlich auch heransetzen, dass es so schnell wie wirklich wieder hier geht. Aber sobald es geht, werde ich euch als kleine Wiedergutmachung drei Folgen von Zelda und von One Piece geben, jeweils die Parts dann immer abwechselnd. Und bevor jetzt überhaupt noch jemand fragt, wie ich das dann hochladen konnte, das werde ich mit dem Handy machen. Und auch bitte nicht nachfragen, ob ich nicht die Parts einfach mit dem Handy hochladen kann. Das würde zwar gehen, das würde aber lange dauern. Außerdem trotz meiner Internet-Flatrate, die ich habe, werden, ich glaube, fünf Gigabyte habe ich frei, glaube ich. Die werden so was von schnell erreicht werden im Monat. Und nee. Deswegen nur dieses Video. Das wird, denke ich mal, reichen. Ebenfalls nochmal, ich werde so schnell wie möglich versuchen, alles wieder in Ordnung hier zu bringen. Ansonsten wünsche ich euch trotzdem noch einen schönen Tag und hoffe, dass es bald wieder geht. Bis dahin jedenfalls. Macht's gut und haut rein. Ciao.